Dass wieder mehr Tourismus da ist, mehr Leben da ist. Also ich finde es auch sehr wichtig für eine Stadt. Es ist eine schöne Stadt, Bergzabern, aber ich finde auch da sehr ausbaufähig. Und einfach, dass es wieder ein Reiseziel wird für Gäste. Denn zum Beispiel auch die Hotelbranche von Tourismus einfach lebt. Bergzabern zeichnet sich aus durch ihre 21 Ortschaften, inklusive der Stadtbahn Bergzabern. Durch ihren Tourismus, durch die Menschen, die hier leben, die Gastgeber sind, jeden Tag. Und ganz herzlich und liebevoll sind, zueinander, miteinander. In der Grenzregion, zu Weißenburg, hin zum Elsass. Das macht die Region Bad Bergzabern aus. Und dafür liebe ich diese. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017